So, auf geht's, ihr Lieben, in letzter Runde. Vielen Dank, dass ihr überhaupt den Weg hergefunden habt zu dieser spätem Stunde. Wir wollen jetzt einen Blick unter die Haube werfen. Also übrigens mal den neuen Teams-Client angucken. Das ist eine komplett neue Session, die ich gemacht habe. Also ich habe ein bisschen Nachsicht, wenn das eine oder andere noch vorkommt, aber ich gebe mein Bestes. Und im Schiff fängt es direkt an. Doch, wieso? Weil das Mikro hier vorne lief, weil es so dermaßen übersteuert ist, dass der Ralf gesagt hat, das reicht, wenn es hier liegt. Nee, alles gut. Also danke für den Hinweis. Vorne weg, es geht nicht um Features im neuen Teams-Client, sondern ich möchte wirklich tatsächlich mal so ein bisschen unter die Haube schauen, wie sieht der Update-Prozess aus, warum überhaupt der neue Teams-Client, wo finden wir, macht wir das Datei-Systeme. Und zum guten Abschluss auch noch einen kurzen Ausblick, weil ich da so ein paar spannende Erfahrungen hatte im Bereich Remote-Desktop-Server-Systeme, die vorne weggenommen aktuell und wahrscheinlich auch nie wieder supported werden mit dem neuen Teams-Client. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht den einen oder anderen, wer den neuen Teams-Client auch in einer klassischen Remote-Desktop-Term einsetzen möchte, was geht, aber eben nicht supported ist. Auch da ein paar coole Geschichten. Ja, für all jene, die mich noch nicht kennen, ich bin der Thorsten Pickern, arbeite bei der Firma Glucania im schönen Offenbach. Bin dort als Cloud-Architekt unterwegs. Primär im Bereich, oh Wunder, oh Wunder, Microsoft Teams. Eigentlich immer im Bereich der Migration von Telefonie Richtung Microsoft Teams, aber ja, Teams bringt es halt witzig, dass man sich nicht nur noch auf Telefonie fokussieren darf, sondern ganz viele andere Themen machen darfst. Insofern freut mich heute hier zu sein. Zu dem Bereich Community gibt es jede Menge Projekte, mit dem lieben Michael zum Beispiel, dem Talk M365, wo wir alle zwei Wochen unterwegs sind, Live-Aufsendungen sind, um uns verschiedene Geschichten aus dem Microsoft 365-Kosmos um die Ohren zu werfen. Was ist gut, was ist vielleicht weniger gut, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Immer eine sehr lustige Stunde, die wir da haben, also häufig zumindest. Lade ich euch gerne ein, dabei zu sein. Dann gibt es noch die Microsoft Teams User Group im Bovum, alle zwei Monate, wo wir uns zu Teams austauschen und noch das private Projekt des Office 365 Quicktips, wo es sich eher an den Endbewerb errichtet. Versuche ich immer kurz zu halten, mittlerweile bin ich aber dann doch bei knapp 15 Minuten immer. Ich werde es wieder für mich zu reduzieren. Endanwender die Use im Bereich der Migration. Was habe ich für euch mitgebracht? Eins, zwei, drei, fünf Gesundheitpunkte. Mal so groß umrissen, was ich gerade schon sagte. Warum überhaupt der neue Teams-Client? Wie können wir den neuen Client auf das System bringen? Wo finden wir das Ganze? Was betrifft Updates und VDI und RDS als Remote Desktop Server System auch noch. Aber starten wir mit dem neuen Client als solchen. Warum überhaupt? Ja, weil es halt jede Menge Probleme und Herausforderungen mit dem alten Client oder dem Kessel-Client gegeben hat. Ich denke, da erzähle ich euch nichts Neues. Der war sehr speicherungrig, ist dementsprechend, je nach PC-Architektur, hat er noch schon bei dem PC in die Knie gebracht. Also da gab es verschiedenste Phänomene, dass der PC langsam wurde, dass der Teamstein langsam wurde. VK-Displays war auch eine total geile Geschichte mit dem Classic-Client, den wir Desktop-Freigaben benutzt haben. Und hat es hier und da schon mal ganz gerne geruchelt. Also in Summe sehr, sehr schwierig, den Client zu benutzen. Zumindestens, umso größer er wurde, sprich, umso mehr Features reingekommen sind, umso älter er wurde. Und das hängt, glaube ich, auch einfach ein bisschen damit zusammen, dass Microsoft von dem Teams-Client als solches überrascht worden ist. Das heißt, der Teams-Client, wenn wir uns zurück erinnern, da kam so kurz vor der Pandemie raus, wurde mal so auf den Markt geworfen, könnte man fast annehmen. Es gab wenig Qualitätskontrolle und ja, dann kam die Pandemie. Alle mussten ins Homeoffice. Trotzdem brauchten wir halt eine Plattform, wo wir uns austauschen konnten, wo wir mit den Kollegen zusammenarbeiten konnten. Und da hat Microsoft einfach mal richtig Glück gehabt, was das Thema Zeitpunkt betrifft. Nämlich der Client war da, Teams war da als die Plattform, wo wir genau das alles nutzen können, was wir brauchen, wenn wir im Homeoffice sitzen. Und der Teams-Client ist halt eingeschlagen wie eine Bombe und ich glaube, da wurde Microsoft selber auch eben sehr überrascht von den User-Zahlen, wie schnell das gegangen ist, wie viele User in kürzester Zeit geonboardet worden sind. Und das hat einfach dazu geführt, dass der Client eben jetzt nicht so optimal gebaut war, plus wir brauchen mehr und mehr Features, weil das Tool-EM einfach durch die Decke ging und die User Anforderungen gestellt haben. Und das musste man irgendwie unter Not bringen. Microsoft selber hat sich dann vom 2.1er-Client natürlich versprochen, wir bekommen erstmal jede Menge Neuerungen. Es wird komplett neu gemacht. Also ein paar Features habe ich schon eingebaut. Multi-Account zum Beispiel, Multi-Tendent, das heißt, ich kann dem neuen Teams-Client mit mehreren Identities parallel unterwegs sein. Microsoft hat sich davon versprochen, dass wir den Rollout als solches eben vereinfachen im Unternehmen. Auch das war Paying-Z-Ass für den Classic-Client, weil er sich immer ins User-Verzeichnis installiert hat und wüsste der Admin nicht wie wo was. Antivire-Ausnahmen waren auch genauso schlimm, weil es eben keinen eindeutigen Ordner-Fad oder Programm-Fad gab, sondern es sich immer gewechselt hat. Für jeden User war es anders. Also da gab es verschiedene Hürden, die es den Classic-Client einfach kompliziert gemacht haben. Plus das Thema Memory. Ich weiß nicht, werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Das war also doch sehr stark in der Presse vertreten, auch bei Microsoft. Dieser Vergleich, als der neue Teams-Client angekündigt wurde, auf der einen Seite der Classic-Client, auf der anderen Seite der neue Client. Und der war in Nullkommanichts geladen und war da. Und der Classic-Client war immer noch am Laden und das hat lange gedauert. Ich würde aus persönlicher Erfahrung sagen, das Bild hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also der neue Client ist jetzt alt, älter geworden, erwachsen geworden, würde ich sagen. Er ist GA. Er hat mehr oder weniger die gleichen Feature-Level wie der Classic-Client, hat dadurch aber auch hier und da die gleichen Probleme bekommen wie der Classic-Client. Das ist ihm dann vielleicht doch ein bisschen länger dauert. Der Kleint häufiger abstürzt, also was. Aber ich will auch nicht so sehr vorgreifen. Jetzt will ich keinen Entwickler. Nichtsdestotrotz gibt es diese tolle Grafik von Microsoft. Hier auf der QR-Code, wenn ihr das mal suchen wollt, gibt es einen TechNet-Artikel zu von Microsoft. Das Ganze wurde eben 2015 entwickelt. Er entwickelt ursprünglich der Classic-Client, basierter auf Open-Source-Software, wie Electron als Host-System und eben Angular für den Client. Warum? Weil man eben innerhalb kürzester Zeit einen Multi-Client haben wollte. Sprich, dass der Client eben A, schnell deployt wird, schnell zum Einsatz kommt, aber wird das auch auf möglichst vielen verschiedenen Plattformen zum Einsatz kommen. Und genau das war das Ziel und das hat man erreicht, indem man eben den Classic-Client auf dieser Basis programmiert hat. Was man zu dem Zeitpunkt eben nicht auf der U-Arte ist, wie sieht es aus mit Skalierung, wie sieht es aus mit Erweiterung und dadurch sind die ganzen Probleme am Ende des Tages gekommen. Insofern hat man sich dann irgendwann eben überlegt, okay, das ist jetzt das, was wir haben. Wir brauchen aber etwas Neues, den neuen Client. Wir bauen auch nicht auf dem Albi-Client auf, sondern wir fangen wirklich von Stretch auf bei Null an, den neuen Client zu entwickeln. Einen neuen Client zu entwickeln, hat sich dementsprechend entschieden, das komplett zu überdenken. Hat Client React eingeführt, die kleinen Client-Data-Layers, wie ich es nachgelesen habe, hängt das damit zusammen. Im Classic-Client war es eben so, dass alles in der Hauptarchitektur lief. Mit dem neuen Client macht man quasi auf dem Client mehrere Töpfe auf, die das Ganze verarbeiten, entlastet dadurch den Hauptclient, hat dadurch bessere Performance, schnellere Reaktionen. Das hängt damit zusammen. Also wirklich sehr spannend. Und man hat eben auch von vornherein bei dem neuen Client auf Qualitätsmanagement geachtet. Verschiedene Teams sind immer wieder darüber gegangen, hat Messungen gemacht, wie lange sind Ladezeiten, wo können wir noch was rausholen, wo haben wir noch eben Verbesserungspotenzial. Das ist mal die Architektur, da bin ich dann komplett raus. Aber man sieht, da tut sich jede Menge Details hier. Wir sollten mal eine Session zusammen machen, weil hier immer so. So, also, der neue Zeit. Ja, natürlich auch. Ach, das, 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 das. Eigentlich, wir schreiben einfach, worauf füttert du, dass du uns das jetzt alles erklärt hast. Ja, bitte, ja. Dann werde ich die nächste Entwicklerkonferenz eingeladen und in den Reiß immer miss. Und ich setze mich daneben und treffe, macht einfach das, tschüss. Nee, also sagen, guck mal, der Reifen hat still ins Ohr, einfach. Oder so, ja, hier drin, den Mann im Ohr. Kannst du die Frage wiederholen, Thorsten, ich habe es nicht verstanden. Ist das dann, wenn man sagt, habe Kind im Ohr, ist dann nicht mehr gut damit. Nee, nee, nee. Also, schauen wir mal auf Rollout und Deinstallation, also sprich Deployment des neuen Clients. In der Regel erfolgt die Installation automatisch. In der Regel. Wie? Über die M365 AppSuite. Das heißt, wenn ihr M365 AppSuite installiert habt, sollte normalerweise der neue Client bei euch auch automatisch auf dem System installiert sein. Ist vorausgesetzt, ihr habt die Classic Client installiert. Bitte. Windows 11. Hier fangen sich H2. Da ist der neue Client schon drin. Ich dreh's einfach mal um. Ich bin am U-Kidekommandentstatt. Bei uns ist die Anfotorun. Alles, was am Kommunikationsmedien in Windows 11 drin ist. Martin's giant bio-outlooker von der ganze andere Palauks. Er muss raus, bevor wir Gewechner ausliefern können. Ja? Wie kann ich das realisieren? Also, ich wusste, die Wurzelraum, den wir jetzt haben, ist den, um Windows 1122 als H2G-Reaver.de System-wide Teams installiert. Einmal rauszumachen, bevor sich der ASC-User anhält. Ich kann einfach so. Nimmt der mit oder? Das ist auch so. Not, dass es so weit ist, dass ich bisher der einzige Phänoment, um in diesem Ding auszubringen. Und wenn wir das installiert, mit diesem Tief, den den 19-chor-smilk in der Hand. Ja. Der ist aber mit unseren AD-Grunden, die wir das ja AD-Synchrodisieren, weil es so wie das ja auch immer in der Origin-Fing. Das heißt, wir müssen endlich sein, mit dem 6-Packet, nochmal zu der Verschallt, hier mit dem Bals-Ballum, die dann den Tiefs-Enterprise-Sendts-Rest-Verst-Verst. Der andere, das ist so etwas vorgekommen. Und so mal. Ja, das ist so. Für mich halt in der OSD und trainieren sie erst. Ja. Weil es einsam bringt, glaube ich, die Arbeit ist, der Printstunden, dann investieren, das auszubringen. Wie ich den Bals-Gauer wieder in der Karte kreide, aber darauf sehe ich, den Microsoft vorschlägt, wenn man oder einem gibt jemand, das den wird rausfallen, um das Haus zu prämen. Nee, ich glaube, ich überlege gerade, die Learn-Seite von Microsoft wurde in den letzten Tagen tatsächlich erweitert um viele interessante Geschichten. Und ich habe dir jetzt gehofft, ich hätte eine Antwort für dich, weil du sagst, sie haben Probleme bei der Installation. Hätte ich gesagt, ich überlege gerade, es gibt einen Artikel zur Deinstallation, aber der wird sich auf den Classic-Klein, nicht auf den neuen Kleinen. Schuhe, weil der Classic-Klein ist zugebrochen zum Video. Ja, ja, genau. Ich habe das für sehr seltene Antwort, aber nee, kann ich auch streichen. Ich kann es noch mal drauf gucken. Ja, hatten sie in den letzten Tagen auf jeden Fall was in Italien. oder ob es nicht mit dem nächsten Aufwärtsleiter reinkommt. Nein, nein, natürlich nicht. How do you do this? Ja. Okay, guter Danken. Ansonsten gibt es eben die Möglichkeit, dass ihr, oder noch mal zu den M365-App-Speed, wenn ihr es eben darüber installiert habt, oder vielleicht auch noch nicht. Seit Dezember 2023 ist es für alle Dinge. Das heißt, Microsoft hat ursprünglich mal angefangen, das in den Ringen zu verteilen. Je nachdem, in welchem Ring ihr gewesen seid, wurde der neue Client installiert, ist eben passé. Am Ende des Tages natürlich auch, weil wir jetzt seit 1. Juli die eben die Nutzerpflicht haben des neuen Clients, da der Klasse-Client eben außerhalb des Supports ist, komme ich gleich aber auch noch drauf. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, den neuen Client manuell zu installieren, oder das Deployment via Software-Verteilung zu machen, also in Tune, SCCM, Matrix 42, was ihr für mich möchtet. Das Deployment für den neuen Client, das ist Deployment X2? Ja, das ist Teams bootstrap bei Excel, wird auch ab und zu aktualisiert von Microsoft, insofern ist es immer ratsam, die aktuellste Version zu haben. Und komme ich gleich auch noch drauf, Minus P installiert die Anwendung, Minus P, Minus O, plus I dazu untergeladene MSCX, ist ein Offline-Score-Review, zum Beispiel. Ich würde, vorher. Wo ist die MSCX? Offline Microsoft-Website ist ein, also, ob wir sie haben, die Reise sind ein bisschen vor, aber ich habe für so eine RDS-Umgebung einen Strip geschrieben, was quasi den Bootstrap unterlädt, und da habe ich die Möglichkeit, es online zu installieren, also der Bootstrap lädt die Installationsdateien mit runter. Bei mir. Und der Bootstrap selber ist hinter einer AKNS-Datei, das heißt, es ist immer der gleiche Level, den ihr benutzen könnt, um die aktuelle Teams Bootstrap zu bekommen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ist das, glaube ich, das Einfachste. Das ist doch schon. Nothing, wie vorhin ein Begriff das Thema zu sehen, ist das, wie kann ich erst den, das Rollout baut, die das Heidelentscheiden zwischen Cursor und Enterprise-Tand. Keine Antwort. Was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich... Echt? Ich muss es krank werden. Ja, ja, aber das ist das bei uns. Wir haben mit der E-Karte in der Eurogenbau von der Website diesen Enterprise-Booter gelaut. Ja. Und wir teilen dir tatsächlich mein Web-Ads an, die neben die Teams nutzen sollen. Wir haben das noch nicht automatisiert, aber keinen, weil... Gut, dass der Heiko hier so Dinge ausgerichtet hat. Das ist doch ein Lieber zum Partner. Ja, mega. Also, ich... Ich würde, die Autopad, nicht mehr. Ja. Also, es war einmal ähm... Unterschied Personal, Personal und Enterprise sein. Das ist das, was ich kriege, wenn ich hier zum Teil. Und, äh... Uninstall, ne? Ja. Ich gucke mal nach. Ich nehme es einfach mit und verspreche nichts und gucke mal nach. Bitte? Außer noch mit der E-Karte. Können wir nachher austauschen oder die komme ich von Heiko. Ja. Interessant, beim neuen Client ist eben auch, dass der Installationspfad sich geändert hat. Früher war es eben beim Classic Client so, wie schon gesagt, dass es sich in einem Anwendungsvergleichs des Videos installiert hat. Jetzt finden wir das Ding unter c-programm-files-windows-app-slash-msteams-beziehungsweise Microsoft Teams Das ist so die ursprüngliche erste Version, die sie geschossen haben. Äh... Msteams. Punkt, äh... Unterstrich Sternchen. Warum Sternchen? Weil eben ihr in dem Programm fahrt, bei einem Update immer wieder neue Versionen bekommt. Das heißt, das Ding ändert sich immer wieder. Ähm... Wenn ihr ein Update installiert, so zumindest aus meiner Erfahrung, habt ihr in der Regel immer zwei Vorgang- Abzeichnisse. Einmal die vorherige abgelaufene Version und einmal die aktuelle running-version, die eben dann bei euch auch im Einsatz ist. User haben Zugriff direkt auf den Msteams-Ordner, auf den rübergelegenden Ordner nicht mehr. Das heißt, wenn ihr als normaler User drauf versucht, über Windows Explorer drauf zuzugreifen, vergesst es, Windows PowerShell als Admin starten, hilft, dann kommt da auch an die entsprechende Pfade dran. Hier auch nochmal den Kurs, hier sieht man es, Windows Apps, und hier der Teil, der ändert sich fortlaufend. Der hintere Teil bleibt gleich, wie vorhin bleibt auch gleich, aber der Teil ändert sich immer wieder, abhängig von der Versionsnummer, die ihr eben im Einsatz habt. Wenn ihr auf der PowerShell E gerade unterwegs seid, gibt es einen guten Befehl, get that x-package, where object, name, like, teams, und dann bekommt ihr ein Output, welche Teams oder welche MSI-Packages vom Teams-Client installiert sind, MSI-Gigs-Packages vom Teams-Client installiert sind, in der Regel sind es immer zwei. Wenn ich mehr kriege? Habe ich auch schon gesehen, mehr im Sinne von, dass dann mehr Packages da sind, also vier, fünf, teilweise acht, werden wir da irgendwann aufgeräumt. Also wir haben es auch versucht aufzuwäumen, manche lassen sich löschen, manche da nicht, wenn ihr dann die Berechnung einfluss von dem Park geht, dann ist es das System, was die Berechnung auch hat, du kannst sie auch nicht kaffern und das ist jetzt so konkret anzufordert und habe einen Kollegen von mir gemacht, der hat dann, ich glaube, das selben SIP installiert, als Admin gestartet und dann in der Teilsysteme vorweg, man konnte darüber das Ding dann löschen, weil es selben SIP vielleicht irgendwelche anderen, aber kann das auch dahinter kommen, wie es die Sparerilistellationen, Personal und Enterprise? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Okay, glaube ich nicht. Also das ist ja Standard auch auf jedem System, das waren sowohl Personal als auch Enterprise hat. Dann haben wir eine weitere Science. Wir haben jetzt das Thema, wo wir das Teilweise zu der Aktien ist, dass das TÜS geben, auch mal die bauen, und da wird sich auch wenigstens diese ID zwischen verschiedenen Einträgen, in dem Nachbarn, wo man das ändert sich, nicht. der Teil, der Teil, der Teil, das ist ja auch noch ein da ist, wenn ich den Unterschied zwischen was, vielleicht sagt, in der Klasse kann es nicht sein, oder? In der Klasse kann es definitiv sein, nicht sein, genau. Es schadet aber schon, alles mit MS Teams, oder? Ja, das ist die Verfügbarkeit des Clients, wir sind jetzt mittlerweile auch wichtig hier angekommen, das heißt, eigentlich sind wir im Bereich des End of Supports für den Classic Client, ihr könnt ihn noch nutzen, ihr könnt ihn auch starten, Download bei Microsoft ist aber schon immer noch zu vielen, ich habe es allerdings jetzt die Tage versucht, den Classic Client bei mir zu installieren, da kam direkt der Hinweis, du hast schon den neuen Client für installieren bei dem X-Mere, also End of Support und eben ab Juli 2025 nächsten Jahres ist dann auch End of Availability hängt am Ende des Tages eben auch mit unseren VDI Kollegen zusammen, wobei die derzeit noch ausgenommen sind, die haben noch ein bisschen mehr Schonfrist als die normalen User. Die Installation des Classic Clients, nicht des neuen Clients, soll normalerweise automatisch deinstalliert werden. Ist eben damit zusammenhängt, dass der Classic Client jetzt ab ersten Lippen Out of Support ist, das heißt, ihr könnt ihn noch benutzen, ihr bekommt aber keine Fixer mehr dafür, Erweiterung würde ich mal sagen, auch nicht mehr, ist eben End of Support ausgelaufen und interessant hierbei ist das Message Center. Ich weiß nicht, guckt ihr da regelmäßig rein in euren Tendent, das Message Center? Habt ihr da überhaupt Zuruf drauf? Schaut da mal rein, das sind nämlich viele Informationen, die einfach weiterhelfen zu verstehen, was passiert. Oder folgt mir auf LinkedIn und den Hashtag M365 New Center. Zum Beispiel gab es meine Ankündigung Anfang Juni, dass Microsoft für sich festgestellt hat, dass der neue Teams Client das Meeting in den Outlook genau an der gleichen Stelle speichert und nutzt wie der Classic Client. Da muss irgendwie bei Hildwebe rote Blocker angegangen sein, da darf sehe ich die Ankündigung, dass mit einer bestimmten Version, die dann ab Juni ausgerollt worden ist, das Meeting in ein anderes Programm verzeichnet gegangen ist. Und warum ist die rote Lampe angegangen? Weil eben Administratoren beigegangen sind und den Classic Client schon mal proaktiv beurteilt genommen haben. Darüber war das Meeting Ad da, was der neue Seite aber wiederum nutzen wollte, damit wir in Outlook Termine einstellen können. So, das heißt, hier hat Microsoft eben gesagt, okay, wir installieren das jetzt an anderer Stelle, damit sich diese beiden Meeting Ad nicht in Konflikt stehen, dann könnt ihr den Classic Client schön runterhauen und das Meeting ist an einer anderen Stelle und bleibt dadurch weiterhin für euch in Benutzung. Ein paar Wochen später kam dann der Inwalls, wir haben die Deinstallation, die automatische Deinstallation auf Windows Betriebssystem erst mal gestoppt, weil es gibt ein paar Kunden, die nach wie vor melden, dass es eben Probleme gibt aufgrund des Meeting Ad-Ins, was immer noch an der gleichen Stelle steht. Da können wir natürlich jetzt rätseln, was passiert ist, ob eben der Teams neue Client nicht so weit aktualisiert wurde, dass das Meeting Ad-In an neuer Stelle installiert wurde, somit immer noch ein Altersstimme gewesen ist und dadurch, dass wir jetzt nicht mehr den Weg haben, dass Admin proaktiv den Classic Client deinstalliert sondern Microsoft dafür sorgt, dass es automatisch deinstalliert wird. Natürlich bei Unternehmen dazu kam, dass auf einmal das Meeting Ad-In nicht mehr da gewesen ist. Auch hier, da habe ich jetzt kein QR-Code zu, gibt es in dem Learn-Artikel einen Troubleshooting-Guide, der sehr gut mit euch durchgeht, wenn das Meeting Ad-In nicht mehr da sein sollte, wir es verparieren dann. Ja, und gerade ist auch die Geschichte, dass der Hasher von den en den Entwes gerne zahlen vor ist. Da sind die auch mal in Bagdad zu, es ging gerade sehr ähnlich, was habe ich mir damals nicht gefunden, aber gesehen, dass es zwei Unterschiede hier, Meeting and Info gibt. Ich hatte so weit zurückgeschaut, beim Installieren after ist, gewinnt von Prozedur des neuen Clients in Formination der Alters Art Bünd auf. Ein Heffer von DLS zum Laden, die richtig eintragend oder der Race geht, hat er eine Show und deswegen das Ding gut wirklich. Also habe ich nichts gehört von Kunden, aber kann durchaus seine Zusammenhänge ja. Will ich nicht ausschließen. Aktuell pausiert für Windows Systeme, ich kann euch nicht sagen, ob es aktuell, also es gibt kein Update zu dieser Mitteilung, die ist vom 27. Juni pausiert, wir haben jetzt Ende Juli, also es liegen vier Wochen dazwischen, es gibt kein Update mehr dazu, ob es nach wie vor pausiert ist oder ob es eben dann jetzt die automatische De-Listellation wieder sagen, dass bei mir auf meinem System zu Hause, auf allen Systemen zu Hause, die ich habe, der Classic Client eben deinstalliert ist, ich kann euch aber nicht sagen, wann er deinstalliert wurde. Was euch aber unter Umständen auch helfen kann, ist eben der Report, ihr im Teams Admin Center findet, da könnt ihr nämlich einsehen, welche Versionen noch im Einsatz sind bei euch im Unternehmen. Das heißt, die untere Kurve, das sind die Classic Clients und die schwarze Kurve sind die New Clients und dadurch könnt ihr eigentlich ganz gut schon mal abschätzen, wie viel haben wir noch im Einsatz und wo müssen wir unter Umständen noch Hand anlegen. Wenn wir natürlich bestimmte Herausforderungen haben, dass es eben Classic sein muss, weil es eine Vorgabe gibt oder nur Classic sein darf oder im Bereich VDI wo es vielleicht noch den Classic Client erfordert, aber damit könnt ihr zumindest eine Übersicht bekommen. Wenn wir noch mal einen Blick auf das Teams im Dateisystem werfen, das hatte ich euch gerade schon erklärt, wo das im Programm Verzeichnis zu finden ist, gibt es aber nach wie vor natürlich auch den User Anteil, das heißt, wenn ich mit dem Teams Client selber arbeite, wird Cash Verzeichnis angelegt, es werden Policies runtergeladen, definiere Rear Settings, all das wird bei mir im User Profile abgelegt und das findet ihr unter Local App Data Packages MS Teams und den entsprechenden Kürzel, da könnt ihr darauf zugreifen und könnt dann entsprechend auch, weil es eben im User Part liegt, hier mit arbeiten, könnt löschen, etc., pp, warum komme ich darauf zu sprechen, unter dem Classic Client gab es immer den Hinweis, wenn irgendwas nicht stimmte, der Client startet es, komisches Gehalten, hat er Lösch das Cash verpeilen. Das gab es erstmal so nicht, und dann da war die Option 1, das war der Hinweis von Microsoft, geht in die App Verleitung von eurem Betriebssystem, dort findet ihr die Microsoft Teams Apps, da gibt einen Zurücksetzen Button, dann könnt ihr draufdrücken und danach ist die neue Microsoft Teams App quasi wie gerade verinstalliert auf Werksanstaltungen zurückgesetzt. Das könnt ihr machen, funktioniert auch, ausnahmslos, seid euch nur darüber bewusst, was ihr da macht, es wird eben zurückgesetzt, das heißt, wenn ihr Multi-Accounts hattet im Teams Client, sind die alle weg, wenn ihr irgendwelche Settings im Client hattet, ist das weg, das ist halt wirklich wie einmal rausradieren und wieder neu installieren. Das ist also schon sehr mächtig, könnt ihr machen, wenn ihr einen sehr schweren Fall von der funktioniert nicht habt, könnt ihr das machen, aber aus meiner Rediff wird eher so die letzte Wahl. Die erste Wahl, aus meiner Sicht, mittlerweile auch dokumentiert Microsoft Artikel, es gibt nach wie vorn einen Ordner, den ihr löschen könnt, nämlich unter Packages, MS Teams, Noble Cache, Microsoft, MS Teams und alles, was da darunter ist, ist quasi der Cache-Ordner, könnt ihr löschen, wenn ihr Probleme habt und wenn ihr das nächste Mal den Teams Client startet, euch anmeldet, wird das wieder alles aus der Cloud nachgeladen. Ist eben nicht ganz so krass, wie das vorherige Zurücksetzen, das heißt, auch hier haben wir mehrere Da auch im Übrigen ein leichtes, das irgendwie zu automatisieren, hat der User eben ein Problem und ihr seht zum Beispiel William Jones von der Glucania ein, Rechtsklick drauf, Job auswählen, wird das Ding gelöscht, ist alles fein, kann man natürlich auch mit verschiedenen anderen Anwendungen selber bauen. Dann fand ich auch sehr hilfreich, als ich das Problem mit dem RDS-Zerver hatte, wo ich gleich darauf eingehen möchte, die Ereignisanzeige, ob die hilft, bei solchen Themen, ist jetzt der neue Client installiert worden oder nicht installiert worden. Da das im MSI Package ist, könnt ihr eben unter den Anwendungs- und Dienstprotokollen Microsoft Windows AppX Deployment Server sehen, was da passiert im Hintergrund. Dann kann es nämlich sein, dass der Client sagt, ich habe hier ein Update für den Microsoft Teams Client, den neuen Client und das muss ich jetzt mal verarbeiten. Und dann findet ihr unter Umständen auch ein Hinweis, da ist das schiefgelaufen, konnte ich nicht, konnte das Update nicht durchkühren. Und ich habe mich totgesucht, also verhalten war, dass oben eben in der RDS-Umgebung, wie gesagt, nicht supported, der Aktualisierungsbutton eingeblendet wurde, der User hat draufgeklickt, der Team-Stand hat sich beendet, so wie er es machen soll und dann ist nichts mehr passiert. oder Aktualisieren wurde eingeblendet, dann ist der User weggegangen, hat sich einen Kaffee geholt, kam wieder bei der Teams-Client weg. Plus die Kombination, dass er auf Aktualisieren geklickt hat, der Team-Stand hat sich verendet, er hat dann den Team-Stand wieder gestartet und nach drei Minuten war wieder der Aktualisieren-Button da, also offensichtlich ist jemand für den Abfällen und das Ding haben wir dann am Ende des Tages den richtigen Hinweis gegeben, natürlich in der RDS-Umgebung habe ich den MS-Teams eben mehrfach geschaltet in 10, 15 Sitzungen und dieser Prozess muss eben beendet damit das Update durchgeführt werden kann. Das heißt, wenn der eine User eben Teams beendet und den Update-Prozess macht, aber ich noch 14 andere User drauf habe, die den Teams klein nutzen, kann er das Update eben nicht ausfüllen, weil er ja unter c-Program-Files bla bla Windows-S-Packages auch immer noch von dort den Nacken gilt. Ja, wenn du halt aus der alten Welt kommst, denkst du erstmal, was ist denn hier los? Also das war Gold wert. Bring mich zum nächsten Abschnitt, Teams Updates. Also ihr kennt den Button Updates, wird halt eingeblendet. Der Client fragt regelmäßig in der Teams-Plattform nach, was gibt es denn? Hast du ein Update? Für mich hast du für mich keinen Update. Wenn es ein Update gibt, kommt der Button, die Datei wird im Hintergrund runtergeladen, der Client wird beendet, die Teil wird ausgetauscht, und mit der neuen Datei wird das Ganze gestartet, dann ist eben am Ende offensichtlich der Update-Prozess abgeschlossen. Wichtig hierbei, wie auch schon beim Classic Client, je nachdem, wie wir eingeordnet sind bei Microsoft 365 Update Ring, schwimmen wir eben mit der Masse, schwimmen wir ein Stückchen weiter vorne oder, das wollte ich mit der Michi noch mal erklären, ich habe es überhaupt nicht beschneidet, gibt es nach wie vor in neuen Client, wie im Classic Client auch, die Public Playthrough, die ihr aktivieren könnt und da stimmt ihr halt ganz vorne mit. Dann bekommt ihr relativ früh die Updates und seht, was eben passiert. Ich habe es noch nicht gecheckt, wie es funktionieren soll, vielleicht machen wir da mal ein Talk M365 zu, ich weiß es nicht. Ich stelle die Option einfach nicht. Ah, guck mal, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Nee, da habe ich nachgeguckt, aber finde ich nicht. Ja, der ist ganz fies versteckt. Hoben steht in Settings, dann wunderbar. Ich gucke noch mal nach und ich werde einfach den Post bei LinkedIn setzen und fragen, wer kann mir helfen. Ich finde es einfach nicht. Also, Policy ist definitiv gesetzt. Ja, bitte. Okay. Grundsätzlich, wenn ihr das Mandel verziehen wollt, hier nochmal der Befehl, Teams ist Trevor Excel-P, er lädt das runter aus dem Internet. Ihr bekommt nur diese Rückmeldung Sex is true, lasst euch nicht verarschen, die ist immer Sex is true, egal ob ein Update da ist oder nicht, ist immer Sex is true. Wenn ihr das Ganze erweitern wollt, könnt ihr nehmen das MSI-Leads-Package herunterladen von Microsoft und mit Minus oder Hintern plus die Datei auch offline ins Zoller ausführen. Und auch das bekommen wir dann wiederum, okay, da habe ich vergessen rein zu zoomen, bekommen wir auch wiederum in dem in der Meile-Güte-Ereignis-Anzeige protopoliert, die folgenden Pakete werden installiert, das heißt, hier habt ihr auch wieder den Inweis, auch wenn es mit dem Teams Bootstrapper macht, ob das Update erfolgreich war oder nicht. auch hier, das habe ich mir mal angeguckt, Version des Teams-Clients, ich denke, das sollte jedem klar sein, das ist eben die Version der aktuellen Teams-App, die installiert ist auf dem Betriebssystem, sollte sich auch entsprechend ändern, denn die Deaktualisierung durchführt. Da gibt es aber einen, wo ich auch bis heute nicht so richtig weiß, womit das zusammenhängt, das nochmal als Abgleich, die Version, die hier oben angezeigt wird, sollte natürlich identisch sein zu dem, was ihr im Dateisystem findet, dann wisst ihr eben, dass die aktuellste Version ist, das könnte man zum Beispiel mal machen in dem Fall, wo ihr mehrere Ordner habt, abzugleichen und zu gucken, wie alt die Ordner sind, die da drüber liegen und dann mal todesmutig löschen oder verschieben, ich weiß es nicht. Ist die Variante, die kleinen Versionen, ich glaube, das weiß kein Mensch, was damit zu tun ist. Ich habe mal recherchiert, habe im Internet beguckt, es gibt nicht viele Seiten, die irgendwie versuchen, dazu eine Antwort zu finden. Eine Reddit, ein User bei Reddit hat dazu kommentiert, das wäre die Web-App-Versionshistory, die wir dort sehen und in der Tat ist es so, dass es von Microsoft eine, es eine Seite gibt, wo wir die Versionshistory von den einzelnen Teams kleinen Sitteln, sowohl für die Web-Edition als auch für die Mac-Edition als auch für die Web-Version und da taucht diese Nummer auf, zumindest alles, was nach diesem Steger kommt, also 2406 und so weiter und so fort, die finde ich dort in der Web-History. Ich habe allerdings gestern, um nochmal über die Folien drüber zu gehen, nochmal ein Update des Teams kleinsten Mars und diese Versionsnummer taucht jetzt den Learn-Artikel eben nicht mehr auf. Was damit zusammenhängen kann, ist der Learn-Artikel einfach. Meine Version schon wieder ein bisschen schneller aktualisiert wurde, als der Learn-Artikel geschrieben wurde, aber ich weiß es nicht. Das ist der Hinweis, in welchem Kanal ihr seid. Wenn ihr eben ein bisschen weiter vorne schwimmt und nicht mit der Mathe, dann richtet sich das ganze tief nach im Office-Live-65-Update-Ring, dementsprechend Office-Current-Channel. Da bekommen wir eben Funktionalitäten ein bisschen früher eingespielt, als normalerweise der Fall wäre und den Hinweis bekommt ihr auch an der Stelle eingeblendet. Und die Nummer habe ich gelernt und gefunden bei der Infine-C-365 vor zwei Wochen in Hamburg. Da hat nämlich ein Kollege im jüdischen Referent einen jüdischen Beitrag gemacht. Es gibt aus Vieta eine Page, wo ihr die Versionen von Steve Stein findet. Mit einer Versionshistorie. Hier ist der QR-Code dazu. Und das Interessante ist, es ist eben keine offizielle Microsoft-Seite. Insofern weichen die Versionsnummern ein wenig vom offiziellen Release ab. Weil da befreut ihr auch den Client aus dem R0, aus dem 3.1.5er-Ring, aus dem 3er-Ring, 2.8er-Ring, wenn ihr also mal einen Blick in die Zukunft sehr von Wohl würdet, wäre das eine Möglichkeit. Das heißt, ihr bekommt eine Info, also A, werden alle Clients ausgelistet, sowohl der Classic-Client als auch der 2.0er, was der Chosen-Client, ist, also auch eben der 2.1er, was der Enterprise-Client ist. Mit den entsprechenden Versionsnummern, Versionen des Betriebssystems, wann es published worden ist, das erste Mal im Internet public wurde, wie groß das Ding ist, mit einer entsprechenden Datei oder URL, das heißt, ihr könnt das runterladen. Laut dem Kollegen könnt ihr sogar das Ding einsetzen, also installieren, einsetzen. Noch nicht vergessen, der Client tat eben automatisch immer alle X-Minuten nach, X-Update, X-Update. dann stellen wir fest, wir sind ja viel aktueller, als das, was eigentlich aktuell für meinen Client vorgewehen ist. Ich hatte also den älteren Client runteraktualisiert, und dann hat der Spaß auch schon wieder im Internet. Das müssen wir beachten und was wir auch beachten müssen, dazu gibt es einen ganz interessanten Artikel von Martin Riener, auch im TechNet, erschienen bei Microsoft, ist ein Witarbeiter von Microsoft. Die Features, die Microsoft rausdringt und ankündigt, können dazu führen, dass, obwohl ihr alle in einem TechNet arbeitet, der Kollege A, die Teachers hat, der Kollege B, eben nicht, und dann riecht es nämlich auch nicht nach vorne, wenn ich ganz vorne wegschwimme, um eben den Team-Strike in R0-Regeln in den heutigen Release zu haben, wenn halt im Backend einfach nicht richtig steht, dass ich die Feature putzen darf, dann darf ich sie eben nicht nutzen. Und wo hängt das zusammen? Dass Microsoft halt zum einen natürlich die Feature global gesehen immer in Wellen ausrollt, also nicht wie Crowdstrike auf den Freitag am Mittag oder am Morgen das hier rauszieht, sondern in den USA in der Regel anfängt und von dort aus dann stellenförmig das Ding ausräumt von Rechenzentrum zu Rechenzentrum. Das heißt, da haben wir schon mal den ersten Unterschied, nachdem wir welchem Rechenzentrum wir sind, bekommen ein Feature oder haben auch nicht in ein paar Tage gelöst. Das Teil ist, es kann nicht sein, dass das Feature bei uns schon angekommen ist, muss aber nicht bedeuten, dass ich das Feature schon habe, weil Microsoft basierend auf der Telemetrie, welchen Laptop habe ich, wie oft ich verwende ich Microsoft Teams und welchen Umgang verwende ich Microsoft Teams, mache ich mehr Meetings, mache ich mehr Chels, Features freistellt pro User. Das heißt, die bauen für sich eine eigene Telemetrie, Datenbank, wie auch immer ihr das nennen wollt, einen eigenen Prozess, sodass es eben dazukommt, dass der eine Kollege das Feature schon hat, der andere Kollege nicht, obwohl beide Teams Clients die gleiche Versionsnummer haben. Gehört also ganz normal von Microsoft dazu und ist einfach vorgesehen. Aber lest euch den Artikel durch, das ist sehr interessant, lesenswert und erklärt eben das ein oder andere Phänomen, gerade was wir gesehen haben, als der Teams Classic Client rausgekommen ist und es häufig darum ging, möglichst alle, die gleichen Features haben und natürlich die geilen Features haben wollten, das aber nicht funktionierte, obwohl wir alle die gleiche Versionsnummer hatten. Und kommen wir zum Abschluss Teams, RDS und VDI-Umgebung. Hier gibt es eine andere Timeline. Wenn wir bei Microsoft reinguckeln, fängt damit zusammen, dass Microsoft den Support für den Classic Client, den man in Code der Jugend einfach verlängert hat. Auch hier ist es so, dass die User proaktiv hoffentlich gemieden werden, du musst jetzt den neuen kleinen Kaminen, sondern bleibt der Classic Client ein bisschen länger am Leben. Interessant ist, dass Microsoft eben den neuen Classic Client, den neuen Seeds Client, Entschuldigung, die UNV die Jugend unterstützt. Und nicht eine RDL-Umgebung. Das heißt, habt ihr noch eine klassische Remote Desktop Server Umgebung, ist dort der neue Client laut Microsoft Dokumentation und Statuten nicht mehr supported, sondern wir reden über Windows 365, Citrix, VMware. Das sind die Sachen, wo es laufen sollte. Was ihr dabei beachten müsst, woher soll der Client jetzt wissen oder die Microsoft Teams Plattform, ob ihr auf einer VDI-Umgebung arbeitet oder nicht, dass ihr dann ein Reistri-Key setzen. Der ist auf einer Windows 365-Maschine anders als auf einer Citrix-Umgebung, als auf einer VMware-Umgebung. Muss aber gesetzt werden, ansonsten weiß das System nicht, ich bin in der VDI. und davon wiederum hängt ab, den Key gibt es nämlich auch, dass ich abschalten kann, dass der Client automatisch nach Updates sucht. Das heißt, der ist aufbohrt Dokument und die Microsoft Learn Artikel, das ist auch ein Registry-Key, dann sucht der Client eben nicht automatisch nach Updates, sondern ich bin dann als Administrator dafür verantwortlich, die Updates einzuspielen. Der funktioniert aber nur in VDI-Umgebung, nicht auf Klingsack-Client oder auf einem Auswippung. Erst dann, wenn ich die VDI-Geschichte setze, dann kommt das Ding zum Tragen und dann werden die Updates des Teams Clients blockiert und ihr seid in der Pflicht, die Dinge einzuspielen. Sie müssen also beide rein. Und ich beide selbst kann wie aus dem Gitter-Dipo-Jag der Saison ins Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Es konnte vielleicht mal ein Szenario sein, das aus vor hier. Und auch das ist, ich weiß nicht, ob es neu ist, aber es ist im MVP wir haben einen Technical Tuesday wo wir aus Redman Updates bekommen und diese Woche vererbt den Technical Tuesday zum Thema VDI und da ich sprach eigentlich geil für heute darfst du darüber reden und ich war sehr alive als die Session war mit begann wir haben einen Technical Updates geschrieben also darüber reden es gibt ein Update für VDI Umgebung der relativ neu ist Public Preview der Artikel selber ist vom 10. Interessant ist dass Microsoft das Nachwort was unter Lyme und Skype vor Business schon gegeben hat das heißt sie bauen neue Komponenten in den Teams Client auf die VDI Schiene und die bauen eine neue Funktionalität der nennt sich Slim Core Komponente die in dem Sim Client die RDP Verbindung oder die VDI Verbindung aufbaut und der sorgt nämlich dafür dass unser Datenstrom für Audio und Video nicht erst in die VDI Session reingeht um sie dann von dort ins Windows of Teams Rechnungszentrum zu schicken damit die Antworten von Teams Richtung VDI und wieder so klein geht sondern ähnlich wieder so wie es früher gewesen ist die Slidcore Komponente den Audio und Video Datenstrom direkt in die VDI Maschine schickt an Teams Quatsch direkt an Teams schickt so dann macht nämlich Sinn nicht erst über die VDI Wirbung schweißt und wir dadurch weniger Bandbreite brauchen werden und natürlich die Maschinen auch an Lasten die Umgebung bereitstellen Auch hierzu ist ein Learnartikel gern den QR-Code wenn es interessiert Microsoft hat dazu auch ein Netzwerk Architektur Diagramm geliefert Hier sieht man es ganz gut hier unten auf der Simicore Komponente da oben diese VDI Bridge Natürlich geht nach wie vor die Signalisierung über unser Microsoft 365 Netzwerk geht auch gar nicht anders im Bereich wenn wir die Audio-Daten austauschen nutzen wir zwischen der Slipcore Komponente und dem VDI Bridge in den direkten Weg und sparen uns die Kommunikation über die Microsoft Teams Plattform selber die VDI mein Güte Also wie gesagt das Thema selber gab es unter Lync und Skype for Business auch ich habe mich gefragt aber hat man bei vielen Funktionalitäten gefragt warum haben sie sich nicht direkt mit eingebaut es hat Zeit gedauert jetzt nach 5 Jahren ist er da Ja bitte genau habe ich schon mal gesehen habe ich das kapiert ist das eine Art der Komponente auf der Hase genau das ist die Slipcore Komponente MS Teams Plugin DLL die wird mit installiert wird eben in der Regel durch die Hersteller geliefert aktuell in der Public Preview wird unterstützt Citrix und Windows 3 rechtlich das heißt ich glaube mit dem aktuellen Remote Desktop Client bei den Erlager wenn ihr den RDP installiert habt bei den Kollegen von Citrix also je nachdem wenn ihr Synthiants habt seid ihr natürlich darauf angemeldet dass die entsprechenden Hersteller euch die Noten Rude liefern wenn sie irgendwelche gemengten Systeme sind Synthiats von Citrix oder sonst irgendwie ansonsten genau die Komponenten sorgen dafür das heißt ihr habt eben eine Software Komponente auf dem System von wo aus die RDP Verbindung hergestellt wird und ihr habt eine Software Komponente in der VDV Angebung und wenn das System erkennt dass sowohl die Komponente im VDV aktuell ist als auch der Citrix sein also bestützt wird der Medien Sprung Internet zu Microsoft Zins ich vermute mal dass das VMware Horizon ein Zertifizierter vor die Anbetter ist wird das nachgerüstet oder wird das nachfordert in dem Artikel selber Update Preview habe ich derzeit eben nur Citrix und Microsoft ist nicht auf dem Invest zu lesen und interessant in dem Artikel ist zum Beispiel auch zu lesen dass es aktuell ist das Family Preview also in der Sitzung verloren geht wegen den Kassier und die Session wird getrennt wenn der User wieder zurückkommt wird dieser direkte Weg sich wieder aufgebaut das heißt ihr müsst dann einmal den Teams kann wieder schaden damit er dann wieder ob ich von Stefanien kann man die Daten überall überträgt ist aber eben aktuell noch ein Public Preview ist ein bekanntes Problem ich denke es wird dann auch gefixt werden gibt es eben bestimmte Voraussetzungen der Teams vielleicht muss eine bestimmte Version zu haben der Letty Client muss eine bestimmte Version zu haben es muss etwas sprechen über gut auf der lokalen Maschine und Public Preview hier ist es wirklich Public Preview bedeutet genau das was der Michael mir dann vielleicht mal erklären wird ist für eure User notwendig eure User die wenn ihr das autotesten wollt müssen in den Public Preview Mode laufen damit sie die Funktion zu planen also eigentlich relativ simpel man muss sich nicht bei Microsoft dafür registrieren anmelden sonstige Geschichten man muss die User in den Public Mode schieben den aktuellen kleinen Zellen ist alles gut und hier nochmal eine Idee aber komplett unsupported auch wenn die MVP werden ist das unsupported eigenes Risiko es hat funktioniert bei den Kunden es ist böse mit ja manche sagen ja die ich habe einen Strick geschrieben was genau das macht das Strick geht einfach am Ende des Tages bei für die Tius für Part extra unter im Vergleich das ist der aktuelle verbrechst Bestand auf dem System für die Tius Schlepper aus also sehe ich wieder das verbrechst zu gucken auf der aktuelle Version da ist das Ganze mache ich im 4 Uhr wenn sowieso kein Mensch angemeldet ist dann funktioniert das auch wenn sich am nächsten Morgen ein User anmeldet oder ein Update wie jemand ist der klein auf dem aktuell Keys plus Auto Update Abschalt wie plus ein Script was nachts im 4 Lens hat das Problem gelöst sodass ihm kein Name System angemeldet ist der Teams Client sich beendet aktualisiert wird und dann entsprechend auch auf dem letzten Release läuft und damit bin ich dann auch schon durch es gibt viele weitere Geschichten aber mindestens Tage es hat die Zeit nicht mehr gereicht um das alles in die Folien zu Presse davon könnte drei Millionen Jahre schicken und während man dann Slideck arbeitet kommen permanent neue Ideen was man noch alles da rein bauen könnte über Policies wie wir das kontrollieren können und so weiter und so fort als Fazit bleibt stehen dass der neue Client sich auf jeden Fall sehr krass verinnert hat zu dem was wir vorher hatten also angefangen bei Deployment und Sanitäts aber auch wie er sich verhält das heißt was ich euch mitgeben möchte prüft auf jeden Fall sorgfältig eure Umgebung was die Verteilung des neuen Clients betrifft aufgrund dessen dass der Classic Client eben out of support ist und somit auch durch Microsoft geplant bin also wir sind entsprechend auf den neuen Client zu switchen auch wenn wir ihn vielleicht nicht mögen ich weiß nicht dann beachtet die Ausnahmen euren AV Regeln wenn ihr aber es war auch schon der Classic Teams eine Anforderung es tut mir leid war es eine Anforderung von Microsoft oder eine Empfehlung dass ihr für eure entsprechenden Antillieren Programme schaut dass die in Ausnahmen gebaut werden damit der Teams Client arbeiten kann wie der arbeiten soll wir reden am Ende des Tages immer noch über Echtzeit Kommunikation und jedes Paket oder jedes Tool was reingeht um dort rein zu schnüffeln kann uns eben wertvolle Sekunden und Millisekunden kosten insofern gab es von Microsoft diese Empfehlung Ausnahmen zu definieren dadurch dass sich jetzt aber grundlegend alles verändert hat nämlich die Teams Excel an einem ganz anderen Platz sich befindet müssen wir auch dementsprechend unser Regelwerk antasseln und die Ausnahmen anders definieren grundsätzlich würde ich sagen mein persönliches Fazit dass der neue Teams Client in vielen Bereichen es verbessert was auf diese Euphorie alles viel besser viel schneller ist glaube ich so ein bisschen gewichen ich bin da hier angekommen meine Theorie ist dass Microsoft meine Theorie ist dass Microsoft dieses Video was sie damals gedreht haben dass das valide war weil aber auch 90% der Features einfach gefehlt haben die wir jetzt in dem neuen Client haben und dass ich dann nicht so viel laden muss und der Client eben wesentlich schneller ist nicht die Frage nichtsdestotrotz glaube ich dass der Client schon weniger Ressourcen prisst nichtsdestotrotz dass es immer noch teilweise gerade aktuell mal wieder Paying the Ass und den neuen Client zu arbeiten bei Microsoft dann doch sehr viel ist aktualisiert im Hintergrund viel Macht im Backend viel Macht aber das sind wahrscheinlich Schmerzen wo wir dann mit groß werden müssen insofern bleibt mir mal wieder nur zu sagen recht herzlichen Dank an unsere Sponsoren damit wir hier entsprechend solche Events die heute stattfinden lassen können und dann sage ich vielen Dank und lasse euch in den Abend